Die Einsatzfahrt, also zum Einsatzort, hat uns das Landesschreiber alarmiert, dass die verlässliche Person schon geborgen ist. Er wurde dann mit dem Hubschrauber abtransportiert. Unsere Aufgabe war einfach nur eine absichernde Unfallstelle, das Fahrzeug dann noch bergen. Die Anfahrt zum Einsatzort hat sich relativ schwierig gestaltet. Da im ganzen Mühlbach-Tag bis zur Unfallstelle eine relativ große Strassenkette geherrscht hat.